Herzlich willkommen bei diesem Aufnahme über Handlesekunst. Dieses Thema Handlesekunst beschäftigt mich seit Jahrzehnten. Ich habe sogar darüber ein Buch geschrieben, theoretisch könnte ich schon veröffentlichen, es fehlen nur die Bilder. Es gibt ein Gesetz, eine der wichtigsten hermetischen Gesetze. So wie oben, so ist es unten. Und wie können wir das verstehen? In diesem Moment, wo wir geboren sind, wann wir geboren sind, die ersten Atemzug. In diesem Moment beginnt unser Leben und über uns erscheinen die Sterne, die Sternbilder. Haben wir einen Bezug auch zum Tierkreiszeichnen. Und das drückt unserem Geburtshoroskop aus. Aber nicht nur das, sondern diese Weisheit kennt unsere Seele. Und unserem Körper ist auch danach aufgebaut. So wie oben, so ist es unten. Wir tragen die zwölf Tierkreiszeichnen in uns. Das beginnt im Kopf, symbolisiert die Tierkreiszeichnen wieder und ändert in Fußsohlen und symbolisiert die Tierkreiszeichnen Fischen. Und in unserem Fußsohlen ist eine Landschaft. So aufgebaut wie unserem Geburtshoroskop. Deswegen ist es sehr wichtig, besonders bei Heilung, die Fußsohlenreflexmassagen. Weil da sind auch die Planeten erscheinen in diesen Energiepunkten und sie haben einen Bezug zu unseren Organen. Und die Fußsohlen vereint das alles und diese Massage aktiviert die gesamten Körper. Aber ich möchte diesmal nicht über Fußsohlenreflexmassagen sprechen, sondern über unseren Händen. Unsere Hand, unsere Hände symbolisieren die Handlungen. Und unsere Hand ist auch ein Abbild von den Planeten, von den Tierkreiszeichnen. Beschreibt unseren Schicksalsweg, beschreibt unseren Lebensweg, beschreibt unseren Gedankenmuster und auch die Liebe. Wir haben aber eine linke und eine rechte Hand. Und es ist nicht identisch. Und wie können wir das verstehen? Die rechte Hand symbolisiert die Handlungen, das Bewusste, die Aktivitäten. Und die linke Hand symbolisiert unseren Unbewussten. Und das ist eine weibliche Energie. Zeigt auch unseren Gefühlszustand, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, unserem Innenleben. Und die rechte Hand natürlich die Aktivitäten. Das ist eine männliche Energie. Wenn jemand Linkshändler ist, dann ist es genau umgekehrt. Dann ist die linke Hand das Aktivere und die rechte Hand symbolisiert das Unbewusste. Es gibt Linien im Hand. Liebeslinien, Kopflinien, Lebenslinien und auch Schicksalslinien. Und da kann man vieles erkennen. Nicht nur das, sondern bestimmten Symbolen, wie zum Beispiel Stern oder Dreieck. Also das ist eine bunte Landschaft. Und in dieser bunten Landschaft kann man auch vieles erkennen. Allerdings, das ändert sich auch je nach unseren Gedanken, Gefühlen, unseren Stimmungen. Die Linien bleiben selbstverständlich erhalten. Unsere Finger haben auch Bedeutung. Die kleine Finger wird zum Merkur zugeordnet. Die Ringfinger ist zum Sonne zugeordnet. Die Mittelfinger ist zum Saturn zugeordnet. Die Zeigefinger ist zum Jupiter zugeordnet. Und die Daumen zum Mars zugeordnet. Und gibt es auch Bergen. Neptunberg, Plutoberg, Venusberg, Marsberg. Auch die Sonne in der Mitte symbolisiert auch die Solarplexus. Und auch die Mondberg. Gibt es auch Jupiterberg, gibt es auch natürlich Merkurberg und auch Saturnberg. Und das sind die Hügel in unseren Händen. Und das zum Erkennen, das zum Lesen, das ist eine wahre Kunst. Und das biete ich an in Zukunft als WhatsApp-Beratung. Ich benötige dazu zwei Bilder. Die linke und die rechte Hand. Natürlich das Innenfläche des Handes. Wenn ihr beide Bilder mir schickt und die Geburtsdatum dazu, dann bekommt von mir ein Handlese-Analyse. Und mein Honorar beträgt wie alle Beratungen im WhatsApp 10 Euro. Meine Nummer ist unten in Infobox. Aber ich sage das auch. 0, 0, 3, 4, 6, 6, 4, 8, 0, 4, 8, 2, 8. Ich wiederhole. 0, 0, 3, 4, 6, 6, 4, 8, 0, 4, 8, 2, 8. Diese WhatsApp-Beratungen könnt ihr ab sofort buchen. Handlese-Analyse. Bilder bitte von beiden Händen und Geburtsdatum dazu. Entweder für euch persönlich, könnt ihr aber auch für andere Personen diese Analyse auch buchen. Dann brauche ich die Foto von seinen Händen und sein Geburtsdatum dazu. Was ich noch empfehle, das sind die Steine. Ich sammle Steine aus dem Meer. Das mache ich wirklich aus Liebe. Und ihr bekommt ein Stein, wenn ihr das wünscht, was euch innerlich stärkt, als Geschenk. Und ein zweiter Stein ist etwas, etwas Besonderes. Das dient als Amulett. Dann habt ihr was im Hand. Und das unterstützt euch bei euren Handlungen. Dass alles vorangeht. Dass ihr Erfolg habt beruflich. Oder finanzieller Erfolg. Oder dass in die Liebe-Partnerschaft endlich alles vorangeht. Auf diesem zweiten Stein bekommt von mir ein Symbol. Entweder ein Runen-Symbol, weil das hat auch magische Kräfte. Und auf diesem Stein wirkt das auch als Amulett. Oder ein persönlicher Symbol bezüglich auf euren Hand. Weil da erkenne ich die Muster. Und dann weiß ich ganz genau, welchen Symbol für euren Hand, für euren Handlungen passt. Dieser zweite Stein beträgt der Preis 10 Euro. Und dann kommt die Versand dazu. Wenn ihr das auch wünscht, zu diesem Legung, für diesem Beratungsvideo, dieser WhatsApp-Beratungsvideo über Handlesekunst. Ich freue mich auf die Nachfrage und ich bedanke mich das auch schon voraus. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.